ja moin moin liebe helifreunde ich bin jetzt wieder euer paddelflieger mit einem flyballes heli hier ja der postbote hat eben geklingelt und hat dem olli den nagelneun oder was heißt nagelneun noch ziemlich neu auf dem markt den neuen eline regler gebracht 100 ampere seid mir nicht böse dass ich den noch nicht auspacke ich werde erst etwas später dazu kommen den mal einzubauen und da das bei mir nicht rumliegt dann mit den kabeln und dann eventuell noch die kabel beschädigt werden weil ich das aus der verpackung rausnehmen lasse ich den mal verpackt ich meine ihr seht ihn ja ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen ich werde euch ein paar daten zu den anderen regler zu dem talon 90 geben der serienmäßig mitgeliefert wird warum ich den austauschen werde oder mal versuchen werde der talon hat ja immer wunderbare arbeit geleistet nie überhitzt oder sonst irgendetwas läuft der klasse der regler nur möchte ich euch mal ein paar daten geben übrigens soll das der regler von hobbywing sein also erstklassige regler allein hat dann nur sein label darauf gemacht davon gehe ich mal aus also das müssten dann nicht hobbywing regler sein obwohl die bei hobbywing also derselbe regler leicht andere daten hat aber die werde ich euch gleich mal erzählen und was noch dazu kommt ich liebe das ja das allein die teile alle so rot eloxiert ihr seht ja meinen roten teufel hier da wird sich natürlich der rote regler dazu natürlich affengeil machen ich möchte euch erst mal was erzählen über den talon regler und über den 730 mx motor also der talon regler hat einen maximalen strom bei vollgas von 90 ampere so nun kommt die problematik aber und ich habe mich immer gewundert viele bemängeln das ja dass es überhaupt nicht reichen kann denn der 730 mx motor zieht 115 ampere in den spitzen oder beziehungsweise maximal und peak also spitzenlast sogar 195 ampere laut angaben von der line so ich weiß nicht was der peak von dem talon regler ist er ist nirgendwo angegeben da wird immer nur von einer maximalen last bei vollgas geredet von 90 ampere und und ich bin der meinung und ich bin der meinung das ist schon extremst grenzwertig es hat immer gereicht bei meinen flug eigenschaften der ist nie heiß geworden der regler oder sonst irgendetwas nur man muss sich wirklich mal überlegen 90 ampere regler zu einem motor der 115 bis 195 ampere peak zieht ist das schon grenzwertig nun kommen wir zu dem neuen regler der neue regler bringt dauerhaft 100 ampere und in den spitzen peak bis 170 ampere also das hört sich schon besser an wir haben hier eine bec von 10 ampere spitzen kurzzeitig 20 ampere und wir haben bei dem neuen line regler oder bei dem hobby wing regler entschuldigung moment ich muss mich korrigieren 9 ampere bringt hier die bec vom talon 90 9 ampere dauerhaft und von dem allein regler bringt sie 10 ampere in den spitzen peak bis 25 ampere die bec also das ist schon eine hausnummer die dürfte man eigentlich nicht auslasten egal wie man den heli prügeln würde müsste das genug sein und das ist der grund warum ich mich entschieden habe erst einmal weil er geil aussieht na dieses rot eloxierte ich hätte auch den hobby wing regler nehmen können der ist ein bisschen günstiger als der allein regler nur eben der ist hier eben rot eloxiert passend zu den ganzen modernen oder aktuellen allein sachen und darum das wird tierisch geil aussehen und man kommt eben halt auch mit der ampere zahl des reglers mit der leistung etwas dichter an die leistung des 730 mx motors wo ich meine dass der 90 ampere doch ein bisschen überfordert ist nicht bei meinen flugkünsten wie schon sagte aber ich glaube schon dass der bei einigen piloten doch eine wirklich an die grenze kommt dieser regler hat auch den 730 mx motor so wie ich gelesen habe schon irgendwie vor programmiert oder ja mit in seinem repertoire drin einprogrammiert der ist dafür ausgelegt für den 730 mx motor so habe ich gelesen wenn es so weit ist ich den regler auspacke montiere dann werde ich euch ein video zeigen von der programmierung ich denke mal der wird nicht so schön zu programmieren sein wie der allein regler wie der castle regler am pc wo man seine wunschdrehzahl eingeben kann und 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 also der ist wirklich spitzenmäßig zu programmieren ich hoffe dass es hier genauso einfach ist bei dem hobbywing regler bzw bei dem allein regler ich muss die programmierung programmierbox noch holen ich weiß nicht ob man den direkt auch am pc mit einem programm installieren kann oder programmieren kann habe ich nicht gesehen dass das möglich ist ich bin der meinung man muss so eine programmierbox haben die muss ich noch extra besorgen gut das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen bin mal gespannt auf die ganze sache hoffe es hat euch gefallen den regler gibt es auch übrigens in 130 ampere auch in rot eloxiert für die 700er oder 800er helis der kostet allerdings was der ist unwesentlich teurer als der talon neu ich habe dafür 85 euro bezahlt der talon kostet glaube ich 79 euro und der hobbywing regler ist glaube ich derselbe als von hobbywing ist glaube ich zehn euro oder so günstiger aber er ist eben wie gesagt pechschwarz hier ist das rot eloxiert passend zu den dings das ist mir die zehn euro schon wert gut dann bedanke ich mich bei euch wenn ihr fragen habt meldet euch wünsche euch eine schöne woche bis denn euer olli paddelflieger